Yusuf Kabadai wechselt für die Saison 2023-2024 auf Leihbasis von der Reserve des FC Bayern München zum FC Schalke 04. Die Schalker haben sich sogar eine Kaufoption für den Stürmer gesichert. In der abgelaufenen Saison erzielte Kabadai sogar in Bayerns Regionalliga in 20 Spielen satte 9 Tore und bereitete zudem 2 Treffer vor. Die Qualitäten sind somit auf jeden Fall da. Was haltet ihr davon? Schreibt es uns in die Kommentare.